ja hallo freunde hier eine kurze erklärung zum verkäufernavi warum wir das brauchen haben wir hoffentlich bis jetzt ausreichend erklärt wenn ich meinem plan gefolgt bin was tracken wir also auf täglicher basis der kleine smiley das ist die anzahl der leute die wir gezielt zum lächeln gebracht haben damit meine ich nicht einfach so leute die uns anlächeln weil wir hat nett aussehen sondern wo wir wirklich und selber vornehmen bei diesem menschen werde ich jetzt positiv den zustand verändern kontakte k das sind erst kontakte mit einem potenziellen mit einer kunden potenziellen kunden partie das heißt kontakte mit dem ziel rauszukriegen was die in unserem möbel oder küchenhaus machen wenn ich nur guten tag sage oder grüß gott dann ist das noch kein kontakt wenn ich sage hallo was machen sie hier oder waren sie schon mal bei uns oder was auch immer wir werden da verschiedene sachen uns angucken dann ist das in kontakt wohlgemerkten kontakt ist nichts schlechtes da kriegt man kein aids von je mehr leute man kontaktiert im verkauf desto mehr chancen hat man und wenn die nur die toilette suchen oder ins restaurant wollen dann macht das auch nichts ein gespräch ist ein gespräch über ware das heißt es geht darum rauszukriegen was was der will und dann ihn zu beraten wichtig für jede kunden partie die die rein kommt wenn man die wiedererkennt dann ist das nicht ein neuer kontakt genauso wenn man zwei oder drei beratungsgespräche macht dann kommt hier trotzdem nur ein strich hin so sagen wir mal wir hätten hier an dem tag 12345 kontakte gemacht daraus haben wir 123 gespräche gemacht was eine emma ist das besprechen wir später das füllt ihr nicht aus und für die küchen kollegen die anzahl der planung können wir nachhalten oder sollten wir nachhalten denn nicht jedes gespräch führt zu einer planung manchmal merkt man einfach das passt nicht oder die haben nicht das richtige budget aufträge ist klar wann immer wir was verkauft haben wenn es ein bar auftrag ist oder ein bar beleg ist uns um einigermaßen geld geht auch in ordnung umsatz ist auch klar runde euros also nicht hier mit mit nachkommastellen um machen so jetzt haben wir hier sagen wir mal zwei aufträge hier könnte einfach eine strichliste machen so und das für die ganze woche die tage die ihr nicht da seid lasst ihr einfach frei ihr könnt das als strichliste auf dem pdf machen oder wenn ihr es in excel macht dann natürlich hier gleich die zahlen eintragen und in excel habe ich hinterlegt dass dann hier die summe gebildet wird wenn ihr es in als pdf macht dann müsstet ihr das selber eben ausrechnen und hier unten das sind die zwei quoten die uns interessieren die gesprächsquote also wie viel aller kontakte kriegen ins gespräch wir teilen das kleine durch das große und die abschlussquote wie viele aller gespräche führen denn zum kauf tatsächlich hier ist noch mal die erklärung kontakte sind nur die erst kontakte eine zählung pro kundengespräche beratungsgespräch mit dem kunden aber nur eins pro kunden partie einmal kommt später planung sind klar und aufträge und umsatz kennt ihr ja auch wenn dazu jemand eine frage hat das ist ein äußerst wichtiges thema bitte jederzeit in die community oder mich anrufen das war's schön dass ihr zugehört habt die 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 Vielen Dank.